Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, am Sonntag fängt die WM 2022 an. Heute zeige ich euch die wertvollste Elf dieser WM. Nach jeder Spielposition vom Torwart bis zum Stürmer. Welcher Spieler ist drin, welcher Starspieler ist vielleicht auch nicht drin. Dann viel Spaß. Dann geht's los. Fangen wir an mit dem wertvollsten Torhüter dieser WM. Es ist Thibaut Courtois. Der belgische Nationaltor von Real Madrid hat aktuell einen Marktwert von 60 Millionen Euro. Dann kommen wir zum wertvollsten Linksverteidiger dieser WM. Es ist Alphonso Davies vom FC Bayern München. Alphonso Davies hat aktuell einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Kommen wir nun zur Innenverteidigung. Der wertvollste Innenverteidiger dieser WM ist Ruben Dias. Der portugiesische Nationalspieler von Manchester City hat aktuell einen Marktwert von 75 Millionen Euro. Der zweitvollste Innenverteidiger ist Matthias Deligt vom FC Bayern München. Der niederländische Nationalspieler hat aktuell einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Kommen wir nun zum Rechtsverteidiger. Der wertvollste Rechtsverteidiger dieser WM in Katar ist Trent Alexander-Arnold. Der englische Nationalspieler vom FC Liverpool hat aktuell einen Marktwert von 70 Millionen Euro. Dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Der zweitwertvollste zentrale Mittelfeldspieler dieser WM ist Frederico Balverde. Der uruguayische Nationalspieler von Real Madrid hat aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Dann kommen wir jetzt zum wertvollsten zentralen Mittelfeldspieler dieser WM. Es ist Phil Foden von Manchester City. Der englische Nationalspieler hat aktuell einen Marktwert von 110 Millionen Euro. Kommen wir nun zum wertvollsten Linksaußenspieler dieser Weltmeisterschaft. Es ist Vinicius Junior von Real Madrid. Der brasilianische Nationalspieler hat aktuell einen Marktwert von 120 Millionen Euro. Kommen wir nun zum wertvollsten offensiven Mittelfeldspieler dieser WM. Es ist Jamal Musiala vom FC Bayern München. Der deutsche Nationalspieler hat aktuell einen Marktwert von 100 Millionen Euro. Kommen wir nun zum rechten Mittelfeld. Der wertvollste rechte Mittelfeldspieler dieser WM ist Mouriko Saka von Arsenal London. Der englische Nationalspieler hat aktuell einen Marktwert von 90 Millionen Euro. Kommen wir zum wertvollsten Mittelstürmer dieser WM. Es ist Kélien Mappé von Paris Saint-Germain. Der französische Nationalstürmer hat aktuell einen Marktwert von 160 Millionen Euro. Damit ist Mappé auch der wertvollste Spieler bei dieser WM. Ja, das ist die wertvollste WM-Aufstellung nach Position der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Ja, liebe Fußballfreunde, das war's für heute. Das war heute die wertvollste Mannschaft der WM 2022. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welcher davon eventuell euer Lieblingsspieler ist oder auch wer der Star dieser WM wird. Und nicht vergessen, Werners Fußball-Ecke zu abonnieren. Danke euch. Bis bald. Tschüss. Danke euch. Danke euch. Vielen Dank.